Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial nach längerer Zeit mal wieder. Ja, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr einen Verifizierungshaken bekommt, wie die meisten großen YouTuber ja einen haben. Aber, aufgepasst, ohne 150 Abonnenten zu haben, eine Person des öffentlichen Interesses zu sein oder eine große Firma zu sein. Also einfach als ein gewöhnlicher No-Name-Spasti, könnt ihr dann auch so einen Haken haben. Hier nochmal als Beweis, dass das Ganze möglich ist. Franz hat hier einen Verifizierungshaken, ich kann auch scrollen. Okay, geht jetzt nicht viel zu scrollen, weil der Kanal keinen Anleiter hat. Aber, ähm, bisschen scrollen ist kein Fake. Ach so, Sachen. Ups, ja, können wir auch mal draufklicken. Ist kein Fake. Ein Aufruf, der hat doch gar keine Videos. Egal. Ähm, wie geht das? Fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Ihr müsst in das Netzwerk Freedom eintreten. Und da müsst ihr aufpassen, denn dann habt ihr eine Frist von zwei Jahren, in denen ihr in diesem Netzwerk bleiben müsst. Das heißt, ihr müsst dann abwägen, was bietet das Netzwerk und ist mir das der Haken überhaupt wert. Wenn ihr jetzt sowieso nicht vorhabt, äh, jetzt der riesige YouTuber zu werden, dann, glaube ich, würde es nicht so viel machen. Aber wenn ihr jetzt schon aktiv seid und euch da wirklich reinhängt, dann weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Auf jeden Fall, äh, ihr müsst euch hier anmelden. Ihr könnt das einfach ausfüllen. Ähm, ist jetzt, äh, nicht so, ja, nicht so, äh, schwer, schätze ich mal. Und, ähm, wenn ihr das dann alles ausgefüllt habt, müsst ihr ihnen ein Support-Ticket schreiben, wenn sie euch annehmen. Aber ich schätze mal, dass sie euch annehmen, denn sie nehmen ziemlich jeden an. Dann müsst ihr in ein Support-Ticket schreiben. Und bevor ihr dieses Support-Ticket, äh, abschickt, müsst ihr sicherstellen, dass ihr mindestens fünf Videos, würde ich mal sagen, oder dass ihr einige Videos, sagen wir mal, dass ihr ein paar Videos schon auf einem Kanal habt und dass die auch den Community-Richtlinien entsprechen oder den Richtlinien von YouTube, ähm, und dass ihr da jetzt nicht, ja, nichts Illegales macht. Denn, äh, dann bekommt ihr den Haken nicht. Wenn ihr das alles aber, ähm, beachtet habt, dann schicken sie euch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Mail zurück, in der sie schreiben, dass alles passt und dann kriegt ihr euren Haken. Zuerst, ähm, beim Kommentieren und dann, äh, nach ein paar Tagen erscheint ihr dann auch, äh, auf eurer Kanalseite neben dem Namen. Ihr müsst allerdings eins beachten, das zeige ich jetzt euch noch als Tipp. Ihr dürft euren Kanal-Namen nicht ändern, denn dann ist der Haken wieder weg. Und dann müsst ihr das Ganze nochmal von vorn machen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao!